Hallo, herzlich willkommen bei mir in der Küche. Heute zeige ich euch, wie ich diese niedlige Gucci Handtasche hergestellt habe. Für diese Torte habe ich saftigen Kuchen ohne Mehl gebacken, Vanillecreme sowie Ganache aus Zartbitterschokolade gemacht und eingedeckt habe ich die Torte mit dem Fondant. Alles andere seht ihr im Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.